jetzt erstmal hier ab durch den garten das hat ja geklappt auf mich zu blocken ist das kack silber keule op bliesner so mann eh dass wir alles nochmal machen müssen ist ein bisschen für den arsch sieht hier nicht so nach arzt aus ja doch wir sind aber arzt wir sind arzt auf geheime mission ok aber mal jetzt muss ich mal kurz gucken wir sind jetzt hier im prinzip müssen wir da irgendwann wird mir irgendwas vom aus dem wasser entgegen springen dass mich ernst ich bin durch genau au 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 nein 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 oh mein gott ich glaube ich geh jetzt drauf nicht gut nicht gut nicht gut und ich habe das falsche serum auf der leiste glaube ich das war so klar ich habe kein leben mehr gehabt gerade ich glaube ich habe die falsche spritze ausgerüstet warte mal ich muss mal kurz gegenchecken den kampf hätten wir eigentlich gewonnen ich finde die ladezeit leider ein bisschen lang muss ich sagen okay ich gehe dann mal ja ja ist ja richtig was los ich mache mal kurz hier einen auf abstand oder laufen die mir jetzt wirklich alle hinterher ich hasse diesen gas boy meine fresse ey ich wollte eigentlich mir erstmal die spritzen zur seite legen automord photo bin eigentlich ist der bei mir völlig harmlos eingestellt ne der automord aber irgendwie macht das auch gerade keiner von meinen mods ich mache das mal eben so gott naja meine mods scheint gerade zu schlafen gut ach so warte mal ich wollte doch gucken kurz ja so ähm ja nice das hat der gebracht gerade okay warte mal das kann man uns sparen jetzt habe ich eine spritze verschwendet aus versehen auch sehr geil okay okay aber zieht nicht so viel ab ne wenn ihr mich damit erwischt geht gerade so guti ähm wir sind hier hochgegangen ne ja ich wage mich daran zu erinnern kommt ja ja hier ja Glaub ich immer... Jeigs, wie ich nicht vorbeikomme. Du bist hier so schnell verkantet, das glaubt man gar nicht, ne? Warte mal, liegt hier was? Ja. Ich hab doch schon mal von hier die Tür aufgemacht. Oh, hab ich denn daran nicht gedacht? Oh, Mann. Was soll ich denn jetzt... Äh, ich weiß es nicht, Bärchen. Die Keule ist richtig krass. Ich hab die so aufgebockt jetzt, ne? Die macht richtig Spaß. Mit Money. So, ich glaube, wir müssen jetzt hier hoch. Hier waren wir vorhin schon mal, ne? Hätte ich das gewusst, ey. Na, dann steht jemand und da... Warte mal. Kurz gucken. Das steht auf jeden Fall ein Vampir, da hinten. Level 30? What? Ernsthaft? Level 30? Oh, das ist wieder so ein Boy, der so einen unsichtbaren Schatten dabei hat. Wie ätzend. Und Schatten down. Okay, wir müssen... Müssen wir hier runter? Ja. Ich würde jetzt mal ja sagen. Ach, das ist immer nicht so gut. Ich würde mal ganz kurz noch gucken. Ah. Ich glaube, da oben war der Unterstupf, wo wir vorhin gewesen sind. Okay. Ja, ich gehe mal jetzt hier rein. Mal gucken, wo wir hier ankommen. Da bin ich jetzt gespannt. Ich will den Typen jetzt echt nicht verwandeln, ne? Der soll kein ewiges Leben bekommen. Na dann, let's go. Okay. Ich kann es nicht glauben, dass ich das mache. Die arme Ratten. Das wird sich gleich zeigen, ob ich den überhaupt töten kann. Das sieht mir so ein bisschen nach einem Bosskampf schon wieder aus, ne? Äh. Ach ja. Na dann. Wer bist du denn? What the fuck? Oh, oh. Bloß mich boxen lassen. 32. Jesus. Was ist das für ein dicker überhaupt? Warum muss ich immer so gegen so Fette kämpfen? Hauptsache es ist nicht's back, wa? Oh, 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 oh. Der Stille. Oh nein. Das ist der wieder, ne? Au. Penner, du alter. Ich muss aufpassen. Auf diese unsichtbaren. Ich muss auf die Schatten wieder raus. Ja, jetzt so. 1, 2, 3. Au, fuck. Nochmal. Au. Au, 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 au. Nexi. Moment. Mensch. Okay, das zieht dem eigentlich kaum was ab. Ehrlich gesagt. La, 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 la. Könnt ihr die nochmal aussagen, glaube ich. Oop. Ein volles Wacham. drawingva. Aaaaay, aaaaay, fuck. Okay. Okay, plattgemacht. Geschafft. Okay, er liegt. The boy liegt. Gut. Wir müssen dann da lang anscheinend. Hinten wir so eine Kiste. Die Gäste ja einfach rumdischen. Hinten wir noch weiter? Nee, ne? Da liegt doch nichts. Okay, dann gehen wir jetzt hier durch. So. Okay, wir können jetzt hoch. Wie können wir denn jetzt überall hin? Hey. Oh Gott, viel zu viele Möglichkeiten. Wo geht's denn jetzt über lang? Okay, das sind aber nur Sackgassen, oder? So wie ich das hier sehe. Okay. Ich glaube, ich bin gerade schon richtig gelaufen. Ich kann auch hochgehen. Das ist nie gut, wenn wir einen Toten sehen. Robert Teasdale. Ah, key. Louise's father was determined to find and save her. Ah, ist klar. Okay, warte mal. Jetzt haben wir... Ist Louise vielleicht... Achso, sind wir wieder hier oben? Ja, okay, alles klar. Ja, gut, dann müssen wir unten durch die Tür gehen. Guti, dann machen wir das. Zack, zack, zack. Aber wir haben einen Brief gefunden. Ja, also ich kann es dir empfehlen, Jomet, dir das Spiel zu holen, ehrlich gesagt. Du hast auf jeden Fall eine ganze Weile was davon. Ich weiß gar nicht, wie lange wir das jetzt schon spielen. Bestimmt schon über 30 Stunden. Wisse ich jetzt gar nicht so genau. Müsste ich nachgucken. Okay, wir können da jetzt nicht durch, weil wir erstmal... Oh je, was erwartet mich denn jetzt hier? Guti, warte mal. Erst mal umschauen. Okay, klappt erstmal nichts. Dann drehen wir mal ein paar Rädchen. Okay, jetzt wird das... Ich will gerade mal gucken, was hier überhaupt passiert. Ah, okay, alles klar. Gibt's... Okay, wir müssen auf die andere Seite. Okay, das sieht doch gut aus. Einfach mal random irgendwelche Rädchen gedreht. So. Wenn ich jetzt hier rübergehe, werde ich aber nicht aufgefressen, oder? Ich trau Wasser immer nicht so. Lalalalalalalala. Ich bin mags vor Wasser. So. Vor allem, wenn überall Vampire um mich herumkriechen. Ja gut, das hat uns jetzt ja ne... Ja gut, das hat uns jetzt ja ne... Äh, what the fuck? Nani? Okay. Oh Mann, ich hab so ein halbes Leben gerade. Autsch, auutsch, auutsch. Nicht vorbei hier. Das ist echt unfair. Wom sind das vier und nicht nur einer. Jesus. Okay, der ist schon mal down. Jetzt vielleicht wäre doch noch einer fast down, oder? Schnell, 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 schnell. Oh, stirb doch! Gott, der jene. Okay. Huh. Kann ich jetzt... Ich vermute mal... Ja, hier ist eine Treppe. Wir müssen ja runter. Double K.O. Ja. True. Das reicht noch nicht. Nein, wir müssen noch weiter runter. Reicht's denn jetzt, so? Mal gucken. Ach, die kamen da oben rausgesprungen. Ah, okay. Ich trau der ganzen Geschichte hier echt überhaupt gar nicht, ne? Ja, hab ich mitbekommen, Bärchen. Dann muss ich das sofort machen, nein, oder? Was? Widerliches Arschloch. Vampir oder nicht? Ich werde niemals deine Frau. What? Ja, mach ich später. Bärchen. Aber danke. Ich snack mich mal kurz nach oben, ja. Ich brauche ein bisschen Blut, wenigstens. Ich habe nämlich keine Spritzen mehr. Schreit irgendjemand drum. Ist ich hoch oder da rein? Das ist jetzt die Frage. Na, ist klar. Das ist dann viel später, glaube ich. Ähm. Next. Nett. Boah. Wo geht's jetzt hier lang? Äh. Warte mal. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wo geht jetzt der Kampf los, wenn ich... Ach, ich gehe mal hier rein. Was ist das denn? I don't care. Hallo? Kann ich Ihnen helfen? Okay, der tut weh in der Boy. Oh Gott, der zimmert aber... Ach, fuck, meine fucking Ausdauer. Ich hasse das. Ich darf ihn nicht sich heilen lassen. Ich darf ihn nicht sich heilen lassen. Oh Gott. Oh my God. Oh Gott. Meine Fresse, es leckt mich doch im Arsch. Das ist ja immer noch nicht im... Stiff jetzt. Immer noch nicht. Das reicht nicht. Das gibt's nicht, ne? Ich flipp gleich richtig aus. Pff, das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz.